AMD hat seine neue 7000er Reihe vorgestellt, das Honor 70 wurde nun offiziell in Deutschland vorgestellt und ASUS stellt bei der EFA das erste faltbare Notebook vor und damit willkommen zur ersten Folge TechNews. Wir brauchen besseren Namen, schreibt bitte bessere Namen in die Kommentare, das ist... Nein, wir brauchen was besseres. AMD hat seine neue 7000er Reihe vorgestellt und sie haben auch direkt gemeint, dass deren schwächste CPU stärker sein wird, als die stärksten der Konkurrenz. Sprich, der AMD Ryzen 5 7600X soll stärker sein, als ein Intel Core i9 12900K, was schon eine ziemliche Ansage ist. Das lässt wiederum hoffen, dass Intel mit Raptor Lake nochmal eine Schippe draufpackt, denn auch preislich sind die neuen Ryzens sehr gut und natürlich unterstützen sie auch DDR5-Ram. Alles andere wäre auch ein Grund zur Boykottierung. Das Honor 70 wurde nun das allererste Mal in Deutschland vorgestellt. Nachdem das Handy bereits in vielen anderen Ländern vorgestellt wurde, haben wir es auch mal zu Gesicht bekommen. Das Handy kommt mit einem Snapdragon 778G+, mit bis zu 256 GB Speicher, 8 GB RAM und einem 6,7 Zoll großen AMOLED Display, was natürlich auch 120 Hz kann. An Kameras hat das Handy eine 54 Megapixel Hauptkamera, eine 50 Megapixel Ultraweitwinkellinse und eine 2 Megapixel Linse für Tiefeninformationen. Und es wird für 579 Euro auf den Markt geworfen. Also, wer kauft mir das? ASUS stellt ein faltbares Notebook vor. Richtig! Am 3. September startete die EFA, eine der größten Technikmessen in Deutschland, wo Innovationen und neue Technologien vorgestellt werden und man sich die angucken kann. Das ist die Definition von vorstellen. Boah, bin ich dumm. Und dort hat ASUS sein neues Zenbook 17 Fold OLED vorgestellt, was als erstes faltbares OLED Notebook in die Geschichte eingeht. Zwar wurde das Notebook bereits schon im Januar vorgestellt, bei der CES, aber nun konnte man es auch wirklich testen und selber in den Händen halten. Das Notebook könnte euch ab den 31. August die Schlappe 3699 Euro kaufen. Das war es mit der allerersten News Folge. Es kam nicht viel diese Woche rum. Ich werde angerufen. Das waren die News von dieser Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin und ciao!